Medizin Top 100 aus dem Zentrum für Ästhetische Chirurgie. Herr Dr. Lissburg, welche Dienstleistungen bieten Sie den Patienten? Mit welchen Problemen kann ich zu Ihnen kommen? Die Dienstleistungen hier sind in erster Linie ästhetische Leistungen, entweder medizinisch oder chirurgisch. Sie sind bekannt als Zentrum, als Kompetenzzentrum, auch was die Haare anbelangt. Wenn jemand zu viele Haare schon verloren hat und einen Glatzer hat, bieten wir die Haartransplantation, die Roboter assistiert ist. Aber es gibt auch Patienten, wo die Haartransplantation nicht geeignet ist, entweder weil man zu wenig Spenderareal hat oder zu große Glatzer hat. Daher können wir die Haarimplantation mit künstlichen Haaren anbieten. Sie gibt es in Klagenfurt und in Wien? Richtig, der Roboter steht in Klagenfurt. Die andere Haartherapien bieten wir in Wien genauso an.